So, was gibt's Neues in der Welt und in der Kantine? Sanktionen? Was für Sanktionen? Jeden Tag Sanktionen, so viel können wir doch gar nicht schlucken. Weswegen denn? Herr Putin! Hören Sie endlich auf, Kriege in der Welt zu verbreiten, kleine Mädchen vom Paar zu schubsen, Fernbedienungen zu verstecken, jeden und alles abhören und drücken Sie endlich unser Gold raus und zahlen Sie endlich Ihre Schulden ab. So geht es nicht weiter. Wir nehmen das nicht mehr hin. Nun, mein Herzblatt, da fragen Sie den Falschen. Fragen Sie mal den Barack. Ähm, unser Geheimdienst hat rausgefunden, dass an allem, was passiert, Russland schuld ist. Und wenn nichts passiert, daran sind Russland schuld, weil sie eben nichts machen. Und ich muss das gar nicht wiederholen, denn wie ihr wisst, sind wir schon immer die Guten gewesen und ihr auch. Glaubt Russland und Putin kein Wort. Danke. Sie haben mich zum Lachen gebracht. Gott segne Sie. Und wenn es nur die Lebensmittel gibt, das macht dannлений, zu tun, können ich die assunto, dass es un,ja, ist das. Aber heute machen Sie das nicht.